Wohin geht deine Liebe? Johannes 21, 17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Gott vergleicht die Gläubigen nicht mit Adlern, mit stolzen Löwen oder mit gewaltigen Bären, sondern mit Schafen. Hast du schon einmal versucht, ein Schaf zu lieben? Schafe sind manchmal recht undankbar, stur, unwillig, egoistisch und sehr von sich eingenommen. Jesus fragte den Petrus nur nicht, ob er seine Schafe lieb hat, sondern forderte ihn auf, seinen Erlöser zu lieben und seine Schafe zu weiden. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Dieser Petrus war manchmal in manchen Momenten sehr von sich selbst überzeugt. Er sagte zu Jesus, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Matthäus 26, 33 In einem anderen Fall sagte er, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Johannes 13, 37 Aber Fakt war, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte. Warum hat er das getan? Der Grund war wohl, dass er sich im Prinzip selbst mehr vertraute und somit mehr liebte als Jesus, von dem er eigentlich wusste, wer er war. Er hat es mit der Angst zu tun bekommen, nachdem er gesehen hat, was sie mit Jesus getan hatten. Und das wollte er selbst nicht erleben. Er war wohl vom Willen her absolut bereit, das auch so umzusetzen, was er Jesus sagte. Aber in der Praxis, dort wo es darauf ankam, da sind ihm dann die Beine weich geworden. Und er hat Angst gehabt und konnte dann entsprechend auch nicht mehr handeln. Petrus liebte Jesus, keine Frage. Aber er liebte auch seinen weltlichen Traum. Also seine eigene Vorstellung von Liebe, von Gnade, von Dienst und auch von Nachfolge und letztlich auch von Glaube. Der war bei ihm noch schwach. Weil seine Liebe zu Jesus nicht rein, nicht gereinigt war, erreichte er mit seiner menschlichen Treue und seinem menschlichen Glauben in der brenzligen Situation der Anklage seine natürlichen Grenzen. Dann war er sozusagen am Ende angekommen und wusste nicht mehr weiter. Dreimal rief der Herr den Petrus auf, weide meine Schafe. Der Zusammenhang wird deutlich. Wenn du Jesus Christus nachfolgen willst, aber dich selbst oder die Schafe mehr liebst oder auf deinem eigenen Glauben, deiner eigenen Kraft, deinem eigenen Willen gegründet bist, dann wirst du scheitern. Und auch die Liebe zu den Schafen, also zu den Glaubensgeschwistern, wird nicht so sein, wie sie sein muss. Sie wird eher verblassen mit der Zeit und vielleicht auch sogar ins Gegenteil umschlagen. Wenn es nur nach deiner Liebeskraft und Vorstellung geht, wirst du als Christ überall Schiffbruch erleiden. Dann wird der Glaube zu einem Kopfglauben und das Weiden der Schafe oder andere Dienste zu einem herzlosen Unterfangen, ohne echte Wirkung, ohne echte Beteiligung. Romantische Gefühle und entsprechende Vorstellungen haben meist eine geringe Haltbarkeit und können nicht die Hauptsache des Glaubens sein. Vor allem dann nicht, wenn die Anfechtungen kommen, wenn die Umstände schwierig sind, wenn man mit Menschen zu tun hat, die einen charakterlich herausfordern und die einem vielleicht manchmal so gar nicht passen und mit denen es schwierig ist, auszukommen. Wie schnell können Probleme und Sorgen die Romantik auslöschen? Jesus sagte, liebt ihr mich, werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 15 Jesus hat Petrus nicht aufgefordert, sein Leben für ihn zu geben und er hat ihn auch nicht dazu aufgefordert, stets immer stark zu sein und voranzugehen. Das hat er nicht getan. Das hat Petrus sich sozusagen selbst auf die Fahnen geschrieben, aber er hat nicht in dem Fall die Gebote gehalten, weil es ihm auch an Liebe gemangelt hat. An eigener Liebe vielleicht nicht, an emotionaler, an menschlicher Liebe, an dem Willen zur Liebe, aber ihm fehlte die Liebe, die aus Gott kommt und zu Gott zurückkommt, weil wir Gläubige sind von Gott zuerst geliebt worden. Und aus dieser Liebe, die Gott uns zuerst gegeben hat, aus dieser Liebe heraus, können wir dann auch seine Gebote halten, ihm nachfolgen, in seinem Sinne handeln und reden und tun und ohne wird das nicht funktionieren. Gebote zu halten, um jemanden zu lieben und somit selbst dann für wert erachtet zu werden, das wäre nur Werkgerechtigkeit. Aber jemanden zu lieben und deshalb seine Gebote zu halten, sich darum zu bemühen und zu wissen, aus Gnade und Liebe erlöst und angenommen zu sein, das ist verstandener Glaube. Bei solchen Menschen wohnt Gott. In Johannes Kapitel 14 Vers 22 bis 26 steht Sprich zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Charles Hedden Spurgeon schreibt zum Thema folgendes. Unser Herr fragt Petrus, ob er ihn lieb habe. Er fragt nicht nach seiner Liebe zum Reich oder Volk Gottes, sondern zu ihm selbst. Er nennt Petrus bei seinem alten Namen Simon Jonas, um ihn daran zu erinnern, was die Gnade für ihn getan hat. Danach fragt unser liebevoller Heiland in schlichten, deutlichen Worten nach seiner Liebe zu ihm. Das war kein Auf-den-Busch-Klopfen, er kam sogleich zur Sache, denn hierbei kann weder Zweideutigkeit noch Zweifel geduldet werden. Wie der Arzt den Puls seines Patienten fühlt, um sein Herz zu beurteilen, so prüft Jesus den Puls der Seele des Petrus. Er fragt nicht, Simon Jonas' Sohn, bereust du deine Torheit? Reue ist eine wertvolle Gnadengabe und sehr wichtig, aber es war weiser, nach der Liebe des Petrus zu forschen, weil ein Jünger, der seinen Meister liebt, tief bekümmert sein wird, wenn er ihn verleugnet hat. Der Herr fragt Petrus auch nicht nach seinem Glauben, den man wohl in Frage hätte stellen können, denn er hatte geschworen, ich kenne diesen Menschen nicht. Es wäre eine wichtige Frage gewesen, aber sie wurde beantwortet, als Petrus seine Liebe bekannte. Denn wer liebt, der glaubt. Und niemand kann einen Heiland lieben, an den er nicht glaubt. Der Herr fasst alle anderen Punkte in dieser einen Frage zusammen. Hast du mich lieb? Dreimal stellt der Herr diese Frage und wir erkennen daran ihre Wichtigkeit. Wenn ihr euch selbst prüft, dann untersucht besonders eure Liebe zum Herrn. Die Liebe zu dem Herrn Jesus ist der Lebensnerv, nach dem ihr vor allem zu sehen habt. Achtet nun aber auch darauf, wie bescheiden Petrus antwortete. Er brachte keine Gefühle zum Ausdruck und suchte auch nicht irgendwelche Beweise. Er sprach gleichsam, Herr, ich berufe mich auf deine Allwissenheit. Du kannst ja in mein Herz sehen und darum brauche ich dir eigentlich gar nichts zu sagen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Soweit. In wessen Herz die Gnade und Liebe Jesu wohnt, der ist auch in der Lage, Schafe zu lieben und zu weiden. Gläubige Menschen zu weiden, bedeutet sich, um ihre Seele zu kümmern. Wie könnte man dies aus eigener Kraft und eigener Liebesfähigkeit heraus tun? Wie könnte man, ohne selbst innerlich verstanden zu haben, wer man ist und was Gott für einen getan hat, seelisches Verständnis erlangen und Mitleid haben und Verständnis zeigen? Petrus musste hier einiges lernen, so wie wir auch, um für diesen wichtigen Liebesdienst wirklich gerüstet zu sein. Gott wird uns in unsere Aufgaben auch immer hineinwachsen lassen mit der Zeit und da brauchen wir alle unsere Erfahrungen, unsere Korrekturen und eben auch so manche Berührung mit der Wahrheit Gottes, die manchmal von unserer eigenen Wahrheit entfernt ist. Gott will ja keinen Menschen auf die Christen loslassen, der sich selbst noch nicht kennt und eine vielleicht komische, theoretische Vorstellung von Liebe und Gnade und Nachfolge hat. Man kann auch eine romantische Vorstellung vom Glaubensleben haben. Ich glaube aber nicht, dass dies für unsere Seele in dieser Welt tragfähig ist. Dann würden wir auch kaum etwas aushalten, kaum Standhaftigkeit zeigen können, weil bei jeder Kleinigkeit wir dann auch sofort umfallen würden und entsprechend lesen wir auch in Jakobus Kapitel 1 sehr tiefgründige Worte. Da heißt es, Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf, mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt, und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken, in dem, was er unternimmt. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Und das ist der entscheidende Satz dabei. Was Gott für einen getan hat, das ist letztlich das, was meine Seele aufrecht erhält, der Glaube daran, der Glaube an die Vergebung meiner Sünden durch Jesus Christus, der sein Leben unschuldig und freiwillig hingegeben hat zur Vergebung der Sünden, dessen Tod am Kreuz mir stellvertretend die Sünden vergeben hat und mich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Dieser Glaube, diese Gnade in meiner Seele, das ist der Grund der Liebe, die wir für Jesus haben dürfen und haben sollen. Und wer sich daran auch in Notsituationen, in Anfechtungen, in Problemen und Sorgen immer wieder daran erinnert, der wird auch in seiner Seele gestärkt und ist dann auch fähig, andere zu stärken. Und ganz verkehrt ist es in diesem Zusammenhang auch, Anfechtungen und Probleme, die mit dem Glauben zu tun haben, mit dem Schwert lösen zu wollen. Also wirklich mit dem Schwert, nicht mit dem Wort Gottes, was ja auch als Schwert bezeichnet wird. Und auch hier irrte Petrus, als er im Garten Gethsemane bei der Verhaftung Jesu, dem Knecht des Hohen Priesters, ein Ohr abschlug. Johannes 18, 10. Jesus tadelte ihn darum sehr deutlich. Menschen brauchen Hirten, weltlich desillusionierte Hirten. Unter der Leitung von Petrus wuchs dann später die erste Gemeinde heran. Und er konnte das tun, weil er auch gelernt hat, Jesus zu vertrauen, den Glauben als Grundlage für sein Handeln zu nehmen, den Glauben an seinen Erlöser Jesus Christus und nicht seine eigene Kraft oder gar seine eigene Motivation, sondern die Motivation, die aus dem Glauben herauskommt, weil er Jesus tatsächlich lieb hatte. Petrus weidete die Schafherde Gottes unter Einsatz seines ganzen Lebens, sogar später unter der feurigen Verfolgung Rums und der jüdischen Autoritäten. Und er starb letztlich auch den Märtyrer-Tod. Ohne diese Lektionen in seinem Leben, die er lernen musste, wäre das so nicht möglich gewesen. Auch für uns gibt es im Leben Dinge, die wir lernen müssen, auch wenn wir nicht diese krassen Erlebnisse haben müssen oder werden wie Petrus. Aber wir brauchen auch unsere Erfahrungen, auch unsere Niederlagen, damit wir Gott wirklich dienen können, ohne Schwert und auch ohne romantische Gefühle. Die sind nämlich manchmal fehl am Platze und haben mit Liebe nicht immer unbedingt etwas zu tun. So wie Jesus zum Vater zieht, Johannes 14, 6, so zieht Gott auch seine Schafe auch zur wahren Liebe Jesus Christus gegenüber. Ohne Jesus können wir nichts tun, Johannes 15, 5, und das musste auch Petrus erfahren. Und wenn wir das auch verstanden haben, können wir die dreifache Frage Jesu an Petrus auch auf uns übertragen und in Wahrheit für uns beantworten. Hast du mich lieb? Und dann können wir antworten, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Gott segne euch, er stärke euch, er mache euch seine Liebe immer wieder deutlich und er erinnere euch immer wieder im Heiligen Geist an die Vergebung eurer Sünden durch Tod und Auferstehen Jesu Christi, dem Fundament, auf dem wir Christen stehen dürfen. Er ist Jesus Christus, der Anfänger und der Vollender des Glaubens und er wird uns zum Ziel bringen. Er wird uns auch erziehen und heiligen und uns vorangehen und uns nicht alleine lassen. Gott segne euch und behüte euch. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Vielen Dank.